Und weiter geht's mit unserem Live Let's Play von Resident Evil 2, Resident Evil 2, Resident Evil 2, Resident Evil, oh my god. Es geht dieser Fettwand mir auf den Sack, den werde ich irgendwie auch nicht los. Hier kann ich reinlaufen. Ey, die Katze! Löffenschock. Ich bin mal gespannt, ob der jetzt hier auch hinfindet. Nein. Äh, doch. Hoffentlich nicht. Äh, doch. Oh, hier war ich noch nicht drin. Direkt mal kicken. Aber ich höre jetzt auf jeden Fall noch nicht Trampe. Kombinieren. Also der erste Zuschauer war ich. Der erste Zuschauer warst du? Ja. Yay! Oh, mein Handtresor. Oh, ich höre schon wieder. Komm, weg, 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 weg. Der Kaler. Oh! Nee, 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 nee. Ich sag ja, der wird es mir jetzt so übelst geben hier. Ich denke mal, vielleicht musst du auch einfach nur irgendeinen Weg finden oder... Guck mal, kannst du den Terminal vielleicht irgendwie aktivieren da? Ja, ja, da brauch ich einen USB-Stick, den hab ich noch nicht gefunden. Boah, ich höre immer noch Trampe. Er ist gerade in irgendeine Tür reingegangen. Ohohoho. Hau ab! Ja, ich hab noch keine Ahnung. Ja, ich laufe auch jetzt gerade mal nicht. In der Hoffnung, dass er hier nicht reinkommt. Ja, du musst ja aber irgendwann wieder laufen. Ja, ja, ich höre ihn in der Trampe. Ist jetzt vorbeigelaufen. Wenn du schleifst, probier mal zu schleifen. Irgendwie, dass er dich vielleicht stoppst. Er bewegt sich von mir weg. Moin, Opa Mivu. Moin, Litchi Boy. Hallöchen. Ohohoho. Ich versuche gerade vor dem... komischen Riesenfritzen dazu entkommen. Dem ich irgendwie keinen Schaden mache. Oh, ich glaube, er ist weg. Da kommt er sowieso wieder. Ich höre ihn aber gerade im Moment nicht. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal ein Vorteil. So, untersuchen. So, irgendwo müssen wir jetzt anfangen. Eins, zwei. Jedes Stunde ist IC. Okay. Warum das? Irgendwas Besonderes? Und, zack. Handzelt geknackt. Was können wir jetzt schönes? Oh, die Ersatztaste. Yay. Das ist gut. Dann können wir nämlich jetzt... Ah, gut. Das ist jetzt einfacher gesagt wie getan. Aber jetzt komme ich in den... in diesen Waffenlager. Kann ich mir jetzt alles aus den... aus den Spinden ausruhen. Ich glaube, du kannst dir bloß eine Sache rausholen. Ne, 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 ne. Da haben zwei Tasten gefehlt. Deswegen konnte ich diese Kombination nicht eingeben. Aber jetzt habe ich die zweite Taste gefunden. Kein Plan. Verkaufe Polarbeer. Nur 45 KK. Okay. Dann viel Spaß. Ich brauche ihn nicht. Wenn ich jetzt wüsste, wo... der Typ hingelaufen ist. Na, komm rein. Geh ab, Lilly. Komm, Lilly kann sie mich eigentlich verorschen. Vor allem, weil hier ja auch noch ein paar andere Gegner rumlaufen. Hier ist ja nicht nur der... der Fette. Weißt du? Hier sind ja auch noch die normalen Zombies alle. Was es umso schwieriger macht. Ah, hier ist der Darkroom. Ich habe auch so einen Film. gefunden. Den kann ich ja jetzt hier entwickeln. So, speichern wir mal da. Welcome to the Darkroom. So, benutzen. Spind in 3F. DCM. 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 3F. Spind. Sehr gut. Das gefällt mir schon mal. Kann man auf jeden Fall wieder einen Spind, den wir aufkriegen. Und ich höre schon wieder Trampe. Die Tür quietscht. Mal Öl. Prost. Oh ja, ein bisschen. 2F. 2F. Und nach oben. Hoffentlich ist der jetzt nicht hier oben. Boah. Sonst kriege ich jetzt wahrscheinlich einen Herzklabaster. Boah. Boah. Das ist die Kackfigur, die in den Schatten wirft. Boah. Scheiße. So. D. C. M. Bestätigen. Oh. Sehr gut. Ja. Drauf da. McMoney. Oh. Oh. Boah. Wo sind wir denn hier nochmal? Boah. Hab hier sehen, wie ein Hardmod durchgezockt hat. Dann nette extra NP. Unendlich Muni. Das wäre geil. Das würde ich mir auch hier wünschen. Einfach mal so. Unendlich Muni. Wäre schon eine feine Sache. Oh nein. Oh. Nein. Oh. Nein. Oh. Oh nein. Verpiss dich. Oh. Shit du. Da komm ich nicht mehr weg. lasst mich doch einfach in ruhe 20 uhr 3 dafür sage ich immer man kann nicht oft genug speicher ich glaube ich will da oben jetzt gerade womit nicht hin den Film hatte ich entwickelt, genau wenn ich jetzt noch wüsste wo ich diesen roten Rubin da brauche das habe ich noch nicht raus so bitte öff, schlecht, ja ich weiß ich war gerade leicht überrascht weil da zwei von denen vor mir standen so D 10 M give me the money so und runter ich wollte mir jetzt in der Waffenkammer erstmal alle Waffen, erstmal alle Munition und Zeugs gönnen das ist mein nächstes Ziel so erstmal safe dass ich da nicht mehr hoch muss oh ja da höre ich ihn wieder aber in den Räumen hier müsste ich doch eigentlich safe sein hoffentlich hoffentlich aber werde ich mal gleich merken so 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 nicht schießen das hört ok ok oh fuck oh fuck fuck oh fuck überall stehen diese scheiß Typen da rum schließfächer schließfächer dunkelkammer dunkelkammer ja gibt es bestimmt noch mehr Filme so hier habe ich die zweite taste hier raus ja super hier hat gerade direkt dieses hässliche Ding gestanden hier 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 bewegt er sich fort oder den muss ich wahrscheinlich kaputt schießen ich glaube nicht dass er sich jetzt bewegt hier 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 wo hier so schau zum Teufel oh nein Super. Keine Munition. Oh. Mein Freund. Mein Freund ist da. Yay. Ich bin mir wahrscheinlich auch wieder besser in die Hose geschissen, wie den anzugreifen da unten. Okay. Okay. Jetzt komm, es kommt doch hier rein Fuuuuh Wie er einfach so laut trampelt und wie ich keine Lust auf ihn habe. So, wir sitzen aus und jetzt mal wieder rein. So. Wappen! Wappen! Da scheint er rein zu sein. So. Benutzen. Komm rein! So. Ey, das ist so eine behinderte Katze. 2, ach ne, weg. 2, 0, 3. Das habe ich letztes Mal schon versucht. Enter. Genau, das war der erweiterte Rucksack. 2, 9, 2. Ach, gibt es nicht. Moment, muss ich jetzt erstmal gucken, welche Schließfächer es hier gibt. Steht auch da. Gürteltasche. Das ist natürlich gut. Zwei Plätze mehr. Hier darfst du mal gucken. Da hinten ist noch einer. Ganz hinten. Ja, der hässliche, der läuft auch noch da rum. 2, 0, 8. Hat Miva heute Kinderfrei. Jo. Ja, hat er. 2, 0, 8. Da kannst du frühs ausschlafen. Heute Kinderfrei. Ja, ich wollte eigentlich auch heute Mittag schon streamen. Aber da haben meine Eltern eine Lieferung Holz bekommen. Da mein kleiner Bruder in Ägypten am Strand liegt und mein Großer keine Zeit hatte, durfte ich natürlich helfen, gehen das Holz reinschleppen. Und da wird dann natürlich nichts daraus, heute Mittag zu streamen. Dann musst du mich noch von der Arbeit abholen. Och ja, das auch noch. 1, 0, 3. 1, 0, 2. So. Die 208. Oha. Dann kannst du nackt durch die Bude rennen. Oh, das mache ich auch so. Das mache ich auch so. Das interessiert den noch nicht. 2, 0, 8. Enter. So. Dann pass mal alle auf. Ja. 1, 100, 9. Auf jeden Fall noch die 108. 108? Nee. Aber der 101. 106. Und auf. 103. Auf. 102. 105. 103. So, das müsste eigentlich alles sein. Schießpulver. Kampfmesser. 104, 105. Ein Film. Okay. Das ist auch gut. Munition. Mal gucken, was auf dem Film ist, weil... Der Darkroom, der war ja hier um die Ecke. So, 3 Schrott. Das ist aber auch jetzt wieder die einzigste Munition. Ich habe 9 Schuss für die Pistole und 3 für die Pumpe. So, hier hatte ich alles... Ja, da hatte ich ja schon alles rausgeholt. Hier ist sonst auch nichts mehr gewesen. Gleich mal die Notiz da gucken. Aber ich glaube, die hatten wir auch schon gelesen. Dann wieder raus. Ab ins Gefecht. Schließfach in Terminal Notiz. Ja, die hast du schon gelesen. Ja. Die hatte ich gelesen. Die Ersatz-Tasten haben wir ja gefunden. Die Ersatz-Tasten haben wir ja gefunden. Die Ersatz-Tasten haben wir ja gefunden. Jetzt auf der Fall im Kranco.